Die Lotto-Brutmasse für Mittwoch, den 29. Oktober 2008. 16. 17. 18. 40. 43. 45. Als Sonderzahl die Null. In dieser Woche beläuft sich der Jackpot auf 9 Millionen Euro. Auch für diese Ausspielung habe ich einen Sound komponiert und eingespielt, den Sie nun mehr hören können. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, 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 ja.